Heute möchte ich euch etwas ganz besonderes vorstellen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um euch heute eine Unze Gold zeigen zu können, eine Unze Maple Leaf aus dem Jahr 2017. Leider, leider gehört dieses schöne Anlagestück nicht mir. Ich habe einen bekannten Sammler, der mir auch die Bilder der Luthorose zur Verfügung gestellt hat, gefragt, hey, hast du nicht mal was, um ein schönes Video für meinen Kanal machen zu können? Und da ist er heute mal mit einer Unze Gold zu mir gekommen und behütet die auch gerade wie einen Schatz. Damit ich die ja nicht in meinen Bestand übernehme. Und ja, was soll ich sagen? Also ich hätte die Unze stundenlang in der Hand halten können, drehen können und einfach angucken können, weil ich das doch sehr faszinierend finde und ich bis dato noch nie eine echte Unze Gold in der Hand hatte. Und ich möchte, da ich diese Gelegenheit habe, euch einfach mal den Vergleich geben, eine Unze Gold zu einer Unze Silber Maple Leaf. Und man sieht ganz deutlich, der Größenunterschied ist gegeben. Die Unze Gold ist deutlich kleiner mit einem Durchmesser von 30 Millimetern im Vergleich dazu der Maple Leaf in Silber mit 38 Millimetern. Und mir persönlich gefällt die Unze Gold auch deutlich besser, was aber einfach dem geschuldet ist, dass es sich eben um Gold handelt. Der zweite Vergleich, den ich euch zeigen möchte, ist eine Unze echtes Gold gegen eine Unze falsches. Und zwar aus meiner kleinen Fälschungssammlung, mal eine Unze Maple Leaf eben als Fälschung. Und man sieht schon den deutlichen Unterschied, natürlich in der Größe, aber auch was die Details angeht. Und ich muss sagen, es ist schön, wenn man so einen Vergleich mal hat. Denn gerade bei Silberunzen ist es doch teilweise schwierig, wenn man, ich sag mal, auf einem Tauschtag ist oder so, da direkt sagen zu können, okay, die ist falsch, die ist echt, wie war das nochmal, wie sieht die genau aus, wenn man eben doch viele Sammelgebiete hat und viele verschiedene Münzen und Unzen sammelt. Da ist es auch schön, mal im Bereich Gold so einen Vergleich zu haben. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand auf einen Tauschtag oder Flohmarkt geht mit der Erwartung, heute kaufe ich eine Unze Gold. Das wäre mir doch relativ befremdlich. Aber gut, auf jeden Fall möchte ich euch gerne diese beiden Vergleiche mit auf den Weg geben. Und damit bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich auch mal ein paar Sachen außerhalb meiner Sammlung mitorganisiere, wie zum Beispiel diese Unze Gold mal, da man sowas nicht alle Tage sieht und ich sowas auf meinem Kanal sonst gar nicht zeigen würde, beziehungsweise auch nicht zeigen könnte. Ja, damit sind wir jetzt auf jeden Fall am Ende. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!